Hallo und willkommen zurück zu Spongebob, da sind wir wieder. Patrick macht eine schöne Grimasse. Die Manari gerade auch, aber man sieht es nicht, aber man hört sie. Hallo Kim. Hallo, ich habe das gerade wirklich gemacht. Ja, ich glaube es dir sofort. Vor Begeisterung wahrscheinlich. Ja klar. So, wir haben aber die Idol-Animation von Patrick durch, glaube ich. Der hat nicht so viele wie Spongebob gefühlt. Nee. Dafür sind die auch gut. Ja? Sind die auch was? Also auch gut, sagte ich. Achso, auch gut. Das kam nur wieder nicht durch. Das gut war weg. Ich wollte noch sagen, in der letzten Folge habe ich eine Wassermelone getragen und Kim weiß jetzt auch, wo das her ist. Aus ihrem Lieblingsfilm. Äh, ja. Ich kenne jedes einzelne Detail aus Dirty Dancing. Genau. Klar. Deswegen. Wer kenne nicht zum Beispiel Elise oder wie die Frau hieß. Mhm. Wie hieß sie denn? Baby. Wie hieß sie denn wirklich? Alle nannten mich Baby. Wie hieß sie denn? Äh, warte, lass mich googeln. Gib mir mal. Gib mir mal nur Vor- oder Nachnamen. Dann kriege ich hoffentlich das andere zusammen. Ich bin ja Frauenversteher. Ich kenne ja solche Filme. Warte. Wann komme ich denn da jetzt nicht drauf? Sag mal. Ähm, willst du Vor- oder Nachnamen? Such dir aus. Dunkle Höle. Okay. Sagt er egal. Mit Nachnamen heißt sie Houseman. Francis. Genau, Francis. Mhm. Ich glaube, ich wäre über den Vornamen nicht auf den Nachnamen gekommen. Insofern war das schon ganz gut. Ich feuere den hier mal noch weg. Huuu. Huuu. Weg. Dauert immer so lange, bis der Kampfer geht. Der macht gleich Bum. Ach so. Das war die Abkür... Der Weg zurück. Ja, alles klar. Ja. Da ist sie wieder, die Wassermelone. Siehste? Boing. Das Schlimme bei Dirty Dancing ist, also nicht schlimm, sondern das Schlimme daran, wie die Zeit vergeht, dass der jetzt ungefähr schon... Ich glaube, er ist schon älter als die Zeit, die er selber zurückspringt. Er springt von... Er ist ja von 87 und springt irgendwie 20 Jahre zurück oder so. Er spielt irgendwie... Na, sagen wir mal 25 Jahre. Ich würde sagen Anfang der 60er spielt er. Ja, aber 87 ist jetzt leider auch schon... Tja, ein bisschen länger als 25 Jahre, oder? Ja, doch. Kann gar nicht mehr rechnen. Ja, leider schon. Also da merkt man, dass man alt wird. Entschuldige, sage ich, du hast mit dem Thema nichts zu tun. Ich weiß. Ich kann dir aber genau sagen, in welcher Zeit du spielst. Ich tippe mal 63. Das ist richtig. Es war im Sommer 63. Ja, genau. So, bevor ich mich hier noch mehr oute, lese ich mal dieses Schild hier. Wenn du in die Luft springst und B drückst, rammt Patrick den Boden. Aha. Und beschädigt dabei Tickies oder drückt Schalter unter ihm. Man bekommt die Sachen hier aber wirklich sehr oft erklärt. Also selbst ein Spielsatz Fail hat es dann schon begriffen inzwischen. Das ist gefährlich. Ich glaube auch nicht, dass ein Spielsatz Fail die Altersgruppe war, als dieses Spiel beschlossen wurde. Das stimmt. So, es kommen immer drei raus. Puh. Ich möchte die nicht greifen und versuchen zu werfen. Ich schon. Okay, ich mach's. Ha. Sie sind weg. Nein, man darf sie ja nicht berühren. Also kann man sie auch nicht greifen. So einfach ist das. Schade. Aha. Man muss allerdings auch einigermaßen geschickt sein, um ihn auszuweichen. So. Achso, er kann ja nicht nach oben starten. Ich wollte jetzt das gleiche machen wie bei Spongebob. Und jetzt muss ich aber überlegen, dass ich sie werfen kann. Das könnte ja mal taktisch wertvoll sein. Aber das ist auch eine Melone. Also, egal. Boing. Arschklatscher. Hübsches, ungegnest du. So, hier haben wir wieder den Schlamm, der natürlich ganz klar als Schlamm erkennbar ist. Achso, da werfe ich dann das da rüber. Ah, der obere, der dann schön... Oh, Geschenke aus Holz. Ich dachte, der muss noch explodieren. Geschenke aus Holz. Ich dachte, der muss noch explodieren, aber... Das hat der nicht für dich. Also völlig irrelevant, dass das so ein Blitzheini ist, ne? Ja, sieht einfach nur hübsch aus. Ja. Einmal. Ja, voll unspektakulär, ne? Böp. Wow, mit einer Melone. Dafür möchte ich ein Achievement haben. Du kriegst Applaus. Stimmt. Aber apropos Achievement. Ich habe noch gar keins reinkommen sehen. Äh, nö. Lüsste es doch eigentlich auch geben. Ich weiß nicht, ob du sie überhaupt siehst. Oder sehen kannst, wenn sie denn kommt. Wahrscheinlich nicht. Und weg mit dir. So. Jetzt ist wahrscheinlich die Erklärung, wie ich das Tor aufkriege. Wurfrucht, bla bla, ja. Okay, alles klar. Upsi. Ich gucke mir das einmal an. Nicht, dass ich irgendeinen Fehler mache. Ah, sie deuten sich an. Okay. Ja gut, es ist nicht zu fies. Moment mal, das geht ja gar nicht. Das geht ja nur als Spongebob. Oh nein. Punkt. Vielleicht gibt es da ja irgendwo eine Bushaltestelle. Okay, hast du schon. Ja, ansonsten hätte man die Bushaltestelle bemühen müssen, genau. Oh. Er spalt wieder. Er spuckt. Äh, was? Hä, das sind ja Korken. Wie lustig. Kork. Riesenkorken hier. Ja. Äh, ich muss das Ding da hinwerfen. Okay. Und dann hin. Nicht wahr. Damit ich... Halt, halt, halt! Ah! Auch noch die Qualle. Ich bin aber geschickt angegriffen. So. Ja, Momentchen mal. Da rüber. Nein, nein, nein. Nicht wieder wegrollen hier. Zack. Ach, die Mechanik gefällt mir. Ja, die ist nicht schlecht. Sehe ich hier. Achso. Das war ein Checkpoint. Checkpoint. Eine hole ich mir schon mal. Oh Gott. Ich muss bis zur Mitte durchhalten und dann muss ich weiter durchhalten. Weil es dann feurig wird. Ah, ja, ja. Ah. Okay. Äh, ich traute mich grad nicht. Ich dachte, das Timing passt noch nicht. So, jetzt aber. Äh, 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 hey. Ah. Ach, hier oben ist ja auch noch einer. Uh. Okay. Und weiter, weiter, weiter. Gut, da. Da gibt's die Unterhose. Ich glaube, man konnte auch nicht in die Zacken reinlaufen, wenn sie runtergehen. Das war auch ungefährlich. Zum Glück. Also es war nicht so super sensibel. Hehe. Muss hier gleich die Melone rauf, ja. Ach, es wird eben halt alles erklärt, ne. Dabei möchte man eigentlich auch mal selber drauf kommen. Was ja nicht so schwer ist. Beziehungsweise, erstmal machen wir noch. Es ist echt viel Zeug da rum. Natürlich noch den. Hey. Warum hat das nicht funktioniert? Da sagt der Stalagmiet. Oder so, was anderes. Oder Stalagmiet. Keine Ahnung. Wollen wir mal. Hey. Ah, jetzt war die Zielvorrichtung weg. Momentchen mal. Und wo machen wir es denn am besten von hier so? Alter. Ich glaube, ich werfe zum falschen Zeitpunkt. Ich muss werfen, wenn der gerade unten schwebt. Oh. Gar nicht so leicht ist, weil jetzt wäre er unten. Nein, jetzt hatte ich. Ich bin zu ungewöhnlich. Jetzt hatte ich die Zielvorrichtung wieder nicht. Oh. Halt. Aber man hat ja auch nicht allzu viel Zeit. So, jetzt. Endlich. Ist ja schon völlig verstummt. Ich habe mir das ganz genau angeguckt. Ich komme jetzt nicht zurück. Fällt mir gerade ein, weil das Ding sich gleich auflöst, ne? Das ist korrekt. Physico. Zwo, ein. Um. So, das ist die nächste Melone. Ich lese die jetzt nicht mehr. Das ist ja immer eine Erklärung. Wahrscheinlich ist jetzt genau der Moment gekommen, wo ich es nicht mehr checke. Da ist eine Socke. Eine Socke. Kann ich auf die Melone rauf vielleicht? Dass ich ein Stück höher komme. Das sieht gut aus. Okay, dann holen wir mal die Socke. Oder auch nicht. Muss ich jetzt eine Melone auf die andere werfen? Na, das wird ja jetzt abenteuerlich. Ha, 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 ha. Okay. Wow. Noch eine? Einer Socke. Oh. Oh, das war knapp. Ja, ich habe keine Ahnung. Okay, jetzt hier oben ist nichts mehr. Jetzt werden sie beide da platziert. Diese blauen Kristalle sind aber hübsch. Muss man aber schon schnell sein. Warte, ja. Ah, eine Teleportbox. Ja. Ja, 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 ja. Mag ich. Oh, ah, ach so. Ei, 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 ei. Oh, oh, oh. So glänzend. Ah. Oh. Oh. Ah, das war nicht gut. Das sollte man meiden. Boom. Ah, hier ist die andere Box. Hast du was gesehen, was man hätte mitnehmen müssen? Auf Anhieb jetzt erstmal nicht. Wollen wir noch einmal fahren und in Ruhe gucken? Ja. Wobei, wenn du es nicht gesehen hast, dann gibt es das auch nicht. Na. Irgendwo an der Seite rein oder so. Oh, das ist, oh, das ist gar nicht so leicht. Ne, ne? Nö, noch sehe ich nichts. Ich versuche auch ein bisschen hoch zu schwenken, aber nö. Nö. Ist recht unspektakulär, ne? Ah. Ja, okay. Ja, ich habe auch nichts gesehen. Ah, jetzt kommt die Sache mit dem Eis. Aha. Achso, stimmt. Ich nehme es auf und werfe es da rein. Und dann habe ich 15 Sekunden. Ach, du Scheiße. Hey, ich... Eine Sache. Der Start war schon schlecht. Hey, meinem Rücken geht es viel besser. Ich mache es gleich. Kann man mit denen reden hier? Sieht ja sehr interessant aus. Na gut, ich nehme mal die Erklärung mit. Wenn Patrick neben Roboter einen Bauchklatscher macht, kann er diese beschädigen oder betäuben. Kleine Roboter werden von Patricks Bauchklatscher besiegt, während größere Roboter für eine kurze Dauer betäubt werden. Ja, okay. Gut, ich hole die Socke. Socke, Socke, Socke. Nenne mich schon mal in Position hier. Oh, das ist aber schon verdammt knapp. Naja, einigermaßen knapp. Es geht. Soll ja auch nicht zu einfach sein. Oh, da ist ja viel mehr. Da hinten ist Lila. Ah. Lila. Ach da, da, ganz hinten. Ja. Du scheuchst mich also... Oh. Du scheuchst mich den weitesten Weg. Nur für Lila. Ja, klar. Gut, dann gucken wir mal. Logisch. Ich sag ja, für die Frau gehe ich meilenweit, dann kriegt sie ihr Lila. Ja. So, einmal hier losgestartet dann. Oh, was war denn Lila noch gleich? Das ist der feierste. Oh, 50, 50. Oh, dicke, dicke, dicke. Ach, ich habe gar nicht ausprobiert, wie er schleicht. Er kann nicht schleichen. Drückt gerade die Schleichentaste, geht nicht. Okay. Okay. Das hatten sie noch nicht in der Grundschule. Naja, Spongebob kann ja schleichen. Ich werde sie zerschmettern. So. Der Roboter hat bumm gemacht. Uff. So wolltet ihr das doch. Aber vielleicht sollte ich mal den da oben wegmachen. Boing. Na, wer will noch? Hui. Triple kill. So geht das. Hier ist wieder die Melone. Wurffrüchte einsetzen, um den Roboter zu besiegen. Ja, das kann man sich doch alles selber abbrechen. Äh, ab, ab, äh. Ausrechnen. Der stand leider im Weg. Ach, es kommen auch wieder alle neu hier. Bum. Eigentlich nur Spielerei hier. Kann man ja auch so machen. So, das sind jetzt größere oder was? Bedeutet, ich kann sie nur stunnen. Naja. Muss alles schnell gehen hier. Kann ich nicht ausprobieren. Roboter, die hier betäubt hat. Aufnehmen und gegen andere Roboter werfen. Aha. Du solltest aber einen Roboter vielleicht aufheben. Jaja, ich versuch's ja. Nein, ich mein, da drüben. Ja, stimmt. Ach, jetzt kommen ja gar keine neuen mehr. Oh, das ist ja schlecht. Oder gibt's da drüben vielleicht noch irgendwo eine Frucht? Ah, scheiße. Okay, jetzt hat er den anderen kaputt gemacht. Ah, die kommen auch neu. Ah, ja, okay. Aber trotzdem, ich... Das wolltest du, ne? Das meintest du. Oh, ich muss hier weg. Ach, die kommen von dem hier jetzt. Oder nicht? Jetzt seh ich das erst. Au. Ach, Mann. So, spürt meinen Bauch. Und er bebt. So, haben wir dann alles. Ich glaub schon. Boah, Nuss. Ich glaub, es sieht alles ganz gut aus. Also, das ist ja in dem Spiel einigermaßen übersichtlich, möchte ich behaupten. Man kann alles irgendwie sehen. Abgesehen von den Sachen, die ich übersehe. Aber es ist jetzt nicht so fies versteckt, dass man über sonst was für Umwege da hinkommt. Taddeus hat mir gesagt, dass du den Quallenkönig suchst. Ja. Gute Sache, das. Dieses Monster hat alle meine guten Kunden in ihre Achterdecks gestochen. Angeblich ist er auf dem alten Döffelberg zu finden. Los, schnapp dir die bestie Matrose. Achterdeck ist der allerwerteste, ne? Vermutlich. Ja. Ach, du liebe Güte, Mr. Krabs. Ich schaue, was ich tun kann. Okay, äh. Mal ein bisschen umschauen. Was soll das denn hier? Achso, das ist wieder die Rückkehr. Ah. Okay. In jedem steckt ein Geschenk. Wie viele davon muss ich denn tragen? Huch. Nachladende Texturen. Okay, sie sind gedrillt auf Spongebob, Patrick und Sandy. So viel habe ich allein rausgefunden. Und sie können schießen. Jetzt ist noch die Frage, was haben sie für eine Frequenz? Ah, sie schießen immer drei und dann ist erst mal Schluss. Oh, oh. Und ich kriege sie nicht so einfach. Was ist das denn? Sie brauchen zwei. Alles klar. Zwei Bauchnetze. Genau. So, also da sollte ich bestimmt nicht runter. Da ist dann wieder Treibsand, so wie du es genannt hast. Ich glaube, ja. Ja. Dann versuche ich mal hier hoch zu kommen. Was ist das? Der sieht auch so dümmlich aus, ne? Der sieht aus wie so eine Muppet-Figur. In meiner Übertragung sah der aus wie ein Gartenzwerg. Auch nicht schlecht. Ich dachte halt, dass sein Kopf irgendwie so der Hut ist. Und das weiße halt irgendwie ein Bart oder so. Warte, wir gucken nochmal. Da. Achso, das kann man sich jetzt schwer vorstellen, wenn... Ja, das sah bei mir aus wie ein Gartenzwerg halt. Naja. Ja. Ich habe mich schon über die Farbe des Hutes gewundert und dachte, das ist ja keine schöne Farbe für mich. Dann hast du gesehen, dass auf dem Hut noch zwei Augen drauf sind. Ja, und dass er sich bewegt. Ja. Das waren beides sehr starke Indizien dafür, dass es kein Gartenzwerg ist. So. Oh. Da komme ich wohl nicht mehr ran. Mhm. Gut, also am Anfang dachte ich noch, das ist hier drauf ausgelegt, dass man alles sammeln kann. Aber das ist wirklich nur... Da man ja jederzeit farmen kann. Ja. Ist das wirklich nur so. Man nimmt es halt mit auf dem Weg. Das ist okay. Eins habe ich auch rausgelassen. So. Gut. Ähm... Jetzt mal da oben gucken. Ich wollte hier auf die rauf, falls da noch was ist. Aber was sollte denn da sein? Nix. Auf die Pflanze oder... Sehr viel nix. Ja, nee. Oben nicht, ne? Dann machen wir das so. Aber da muss ich offensichtlich runter und vielleicht kann ich da rüber und in die Mitte. Aber ich kann auch später in die Mitte über die Brücke. Ja. Schon relativ egal, ne? Also dann verstehe ich die Plattform da unten nicht. Vielleicht gibt es da ein Secret von der anderen Seite. Nö. Erstmal nicht. Ich lasse es erstmal aus. Und wir gehen mal hier lang. Zwei auf einmal. Au! Ah! Uiuiui. Das Gefährliche ist... Er macht ja so einen Sprung nach vorne mit seinem Bauchklatscher, ne? Mhm. Und wenn du da irgendwie am Rand bist, fällst du vielleicht auch mal ungünstig runter, wenn du angreifst. Wer weiß. Du musst aber am Rand sein, sonst nimmst du zu viel Platz weg. Hä? Was? Du hast nicht Alice Midnes Returns gesehen, oder? Nee. Ja, okay, dann ist okay. Vielleicht hole ich das nochmal nach. Und das könnt ihr auch machen, gibt es nämlich bei Manari zu bewundern. So ist es. Eines war der Lieblingsspiele. Hast du gerade gesehen? Ich habe Gras im Bauch, ne? Ja, ich sehe es. Sieht ein bisschen gruselig aus. Man kennt's. Hallo Patrick. Ich habe eine Aufgabe für dich. Oh, klasse. Ich habe einen goldenen Pfannenwender gefunden, aber die Roboter auf der Insel haben ihn gestohlen und in den See geworfen. Könntest du ihn vielleicht zurückholen? Uh, ich habe nicht weiter gedrückt. So. Hm. Ich weiß nicht, ob das so klar ist. Hier ist wieder der Bus. Da weiß man immer nicht so genau, wer wäre man dann jetzt lieber. Also wenn wir mal zusammenfassen, Patrick kann halt die Sache mit dem werfen und Spongebob kann die Attacke nach oben. Das ist jetzt spontan das, was mir an Unterschieden einfällt. Was habe ich vergessen? Äh. Ja. Nix. Patrick kann halt diese, wie hieß das, war das einfach der Schlamm, er kann den Schlamm einfrieren? Ja genau, weil er diese Eisblöcke werfen kann. Genau. Und das war's halt. Ne? Ach ja, und Spongebob kann schleichen. Stimmt. Das ist ein Pst, Tiki. Spongebob muss sich anschleichen, um ihn zerstören zu können. Na, da haben wir doch das Stichwort. Zum Schleichen musst du vorsichtig den Analogstick halt bewegen. Oder, oder? Eigentlich und. Und den linken Trigger drücken. Patrick kann aus größerer Entfernung Sachen werfen. Ach so, da kann man sozusagen auf beide Arten das lösen. Jetzt habe ich bloß nichts zum Werfen. Deswegen, äh, ja. Sehen wir das auch mal, so. Tic, 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 tic. Oh. Hast du gerade schon wieder eine Farbe gesagt? Ja, hier, ne? Rot. Ja. Okay, alles klar. Okay. Ähm. Also ich kann aus dem Schleichen heraus auch springen, aber... Ah, guck. Das funktioniert. Allerbest. Jetzt werden sie nicht auf mich aufmerksam. Komisch. Oder waren das nicht so welche? Doch, eigentlich schon. Ja, na, sind alle so hier. Oh, das war gefährlich. Ah. Hey, oh, 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 oh. Einmal. Zweimal. Oh, jetzt wird es jetzt... Hey. Oh Gott. Ich bin zerbröselt. Wie ein Schweizer Käse. Das war... Oh, hallo. Ich soll es mal testen. Also die verschwinden alle. Und die verschwinden. Oh. Die verschwinden schneller, als er ihm lieb ist. Dann starten wir mal nach oben. Ich brauche die nicht so. Hab auch alle Unterhosen. So, ach, das ist ja die Maschine, die die neue macht. Dann machen wir jetzt mal das. Der gefällt mir auch nicht. Au. Hab ich den nicht langsam mal... Hey, was... Ah. Ganz schön hektisch hier. Warum ist die Maschine jetzt weg? Hab ich da irgendwas gemacht? Hab ich ihn hingestoßen oder so? Wer weiß. Also wenn jetzt mehr von denen kommen, dann... Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ist Unterhosenknappheit, ne? Ja. Hatte ich hier alles? Das war... Ja, die Mitte hatte ich natürlich nicht. Die gucken wir uns jetzt mal an. Das da sieht aus wie ein Bereich, wo ich gar nicht hin kann. Aber da steht eine Maschine. Das ist ungünstig, ne? Vielleicht kann man da irgendwas hinwerfen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Geschenke öffnen ist klasse. Hinwerfen wäre eine gute Möglichkeit. Sagt sie noch was? Sag mir, dass du nicht gefahren bist. Warte mal, das ist die Fahrlehrerin, ne? Ja, genau. Natürlich nicht, Mrs. Puff. Ich hab doch keinen Führerschein. Ach gut, dann war das wohl nur ein schlechter Traum. Oh, ich seh drei Unterhosen auf einmal. Das riecht nach Ärger. It's boss time. Und ein bisschen nach Kacke. Aber. Tja. Was heißt denn das? Und warum kriege ich keine neuen Gegner? Soll ich da rüber? Nee, da kann ich nicht rüber springen. Ach so, die aufnehmen. Und so weit werfen. Na gut, dann muss ich wohl... Au, au, scheiße. Alles gleich. Jetzt schon vorher. Jetzt schon vorher nicht auf die Kette. Gut, dann machen wir mal einen auf Patrick. Jetzt hab ich schon zwei Unterhosen verballert. Naja. Ach so, die Dinger muss ich treffen? Nein. Doch. Ah ja. Na dann. Aber warum? Ich weiß nicht. Ich mach's nochmal alle und mal sehen, was am Ende dabei rauskommt. Ach so, das ist dumm. Ich muss einen stunnen. Kam hier nicht drei raus vorher? Das spielt bestimmt eine Rolle. Kommt hier auch was raus. Oh nein. Ich bin raufgesprungen statt daneben. Hat er gerade Karibu gesagt? Ja. Warum? Ich weiß nicht. Ah, nein, 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 nein. Oh. Scheiße, beide kaputt gegangen. Naja, ich halte mich noch ganz gut, ne? Da noch einer. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. So, einen Direktrück machen, den zweiten auch und dann den dritten Stun. Hey! So. Dritten Stun wollte ich sagen. Los geht's! Da rechts ist noch. Ja, ich seh schon, hinter mir ist auch noch was. Wo ist Nummer drei? Gab keine Nummer drei diesmal? Ich finde nicht, dass Spongebob's Unterwäsche richtig passt. Hier kommt Nummer drei. Ist ein bisschen träge immer, dieses Werfen, aber. Ah. Ah! Oh. Muss hier erstmal überleben. Aha. Sind alle möglichen Inseln entstanden. Und da gibt's den Funbänder. Okay. Und die Maschine ist weg. Ich glaube, du hast den Wasserstand gesenkt. Oh, Jumbo, Jumbo, Jumbo! Hm. Könnte sein, ja. Stimmt. Aber hier stand er doch, ne? Hat auch keinen Bock mehr. Nö. Demoralisiert. Er hat gemerkt, bei dem komme ich nicht weiter. Der ist mir überlegen. Und hat halt einfach aufgegeben. Genau. Was ist eigentlich da links? Können wir da noch irgendwas machen? Oh. In der Tat. Da ist ja Zeug. Vielleicht kommt man da auch zurück, wenn man hochgegangen ist. Was auch. Was. Und noch weiter links? Da. Da hinten? Da ist auch noch oben was. Aber ich denke, ich komme von hier aus nicht hoch. Also, ja, da käme ich hoch. Das ist ganz schön fies. Das wollte ich erstmal auslassen, weil. Achso. Das sieht schon echt so aus. Ich weiß nicht. Soll ich das von hier aus schaffen oder von oben? Das ist schon echt miese. Oder soll ich die nur abwerfen? Dass was rauskommt? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich lass sie mal noch. Ja. Ich nehme jetzt erstmal den anderen Weg. Und sonst so. Wo ist die Renntaste? Musst du selber integrieren. Hatte ich den nicht schon? Vielleicht mit Spongebob, aber nicht mit Patrick. Guck mal, die haben doch auch nur Angst vor mir. Die haben gerade so mit den Zähnen geklappert. Die haben nicht mit den Zähnen geklappert. Die haben sich die Lippen geleckt. Okay. Weil sie nicht essen wollen. Ach, er nur wieder. Einmal. Zweimal. Oh, scheiße. Bin in den rein. Ja, das ist jetzt natürlich ungünstig. Hä? Kann ich da auf die andere Seite rüber? Ja, das trauen wir uns auch mal, oder? Oh. So. Geht. Das war für Gelb. Unterhose brauchen wir. Oh, diese Unterhose. Für Schottland und für die Unterhose. Für Schottland. Sehr schön. Oh. Ach so, jetzt müsste man wieder schleichen können. Oder werfen. Ja, egal. Da kommt ja nur ein bisschen was raus. Das ist ja nicht so wild. Moin. Oh, guck mal, der hat Angst. Da unten. Jetzt hat er keine Angst mehr. Das ist gar nicht so weit unten. Das sah perspektivisch so aus für mich, als wenn der weiter unten wäre. Ah, chill mal. Chill mal schön. Ach, der nun wieder. Oh, Mann. Einmal. Zweimal. Au. Au, der trifft aber schneller als einem lieb ist. Echt. Okay, hier was raufwerfen und da... Oh, nein. Aber das ist auch nur abwerfen, oder? Ich soll da nicht irgendwie rüberspringen. Mal sehen, was die Info sagt. Spongebob soll später wieder herkommen, wenn er die Wanderblase erlernt hat. Oh, jetzt kommen die ganzen Fähigkeiten. Aber trotzdem könnte man ja mal... Aber da müsste man auch schnell sein. Nee, könnte man offensichtlich nicht. Ich kann hier nichts raufwerfen. Ja, dann. Enttäuschend. Tja. Okay, aber das war das, was wir hier von unten gesehen hatten. Genau. Wobei, ich hätte mich ja wenigstens mit einem so ein Ding hier raufstellen können, ne? Dann hätte ich schon mal einen abwerfen können. Egal. Ich hätte nur zwei abwerfen können insgesamt. Genau. Lohnt nicht. Ah, wieder frisch. Der neue Unablücks. Geht nicht mehr. Oh. Ach so, das ist ja auch lustig. So, das heißt, ich laufe hin, aktiviere das Ding, laufe weg, dann wird es hochgefahren und hat hoffentlich ein Radius, dass es da oben wirken kann. Vielleicht. Was meinst du? Probier's aus. Naja. Oh, das sieht sehr gut aus. Oh, glänzend. Oh. Oh. Chaos. Okay, hier geht's weiter. Run, darling. Oh. Der macht Ärger. Na los, wirf deine drei. Eins, zwei, drei. Das ist aber auch clever. Den dritten hat er jetzt woanders hingehauen. Oh. Pop. So. Hey. Ach, die kommen auch von so einer Maschine. Jetzt reicht's. Weg damit. Ich muss hier erstmal für Ruhe sorgen, denn eigentlich wäre das hier das Ende gewesen. Ich such mal so diesen. What? Jetzt mach ich hier schon wieder ab, Mod als Patrick. Aber gut, dann ist es so. Ich weiß noch gar nicht, was wir jetzt hier in den nächsten Folgen sein werden. Aber heute war ja auch schon der Wechsel drin. Ja, Zeit ist rum. Ähm, ihr guckt wieder fleißig bei der Manari auf dem Kanal in der Videobeschreibung verlinkt. Patrick ist auch schon ganz erstaunt. Patrick. Jedes fünfte Mal sag ich Patrick. Und dann... Passiert. Ja, passiert leider. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Spongebob und Patrick. Also, bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.